Hey Leute, hier ist der Wrexmo3 mit einem neuen Video und herzlich willkommen zur neuen Folge Let's Build Isengard. Ach ja, und noch ein Nachwort aus dem Cut, während ich jetzt gerade schneide. Mich würde es echt freuen, wenn ihr noch ein Like da lasst, ein Kommentar und ein Abo. Wenn noch nicht getan war, ich für diese Folge 100€ auf Ebay und auf Bricklink ausgegeben habe. Wenn ihr es sehen wollt, bleibt einfach dran und viel Spaß mit dem weiteren Video. Und wie ihr da im Hintergrund gerade eben seht, in einem Speed Build, das ich ganz cool finde, ich mache meiner Meinung nach wieder viel zu wenig Speed Builds und es denke ich mir vorgenommen, in dieser Serie ein paar mehr zu machen und ich bin jetzt bei einem in der Folge gewesen, ist okay. Aber ich habe da jetzt irgendwie 16 Minuten nochmal gebaut, on-cam, off-cam immer noch ein bisschen ausgebessert und alles. Aber da haben wir jetzt den unteren Teil des Berges fertig, oben kommt jetzt noch eine Platte drauf und gleich geht es weiter mit dem ersten Bricklink-Unboxing. Ich hoffe, euch gefällt das, würde ich sagen, sind wir jetzt schon mal durch mit dem unteren Teil des Berges und viel Spaß mit dem Unboxing. Und weiter geht es mit noch mehr Paketen und zwar hier oder mit mehr Sachen. Und zwar einmal eine Bricklink-Bestellung, die erste von zwei, die zweite kommt dann wohl mal anders an und die zeige ich euch trotzdem noch in dem Video. Hier sind einmal 250 von den Slopes in 2x1x3 in Dark Lush Grey und wir werden dann für den Berg da hinten benutzen, das habe ich schon mal weitergebaut. Sehen wir einmal hier hinten, habe ich den Turm nochmal drangesetzt, weil der war ja, habe ich damit abgemacht, damit ich besser bauen kann. Und hier ist halt einmal dieses, was ich meinte, ich kann mal ganz kurz, so. Hier ist, was ich meinte mit dem, diese Szene, wo der Baum herunterfällt und das ist jetzt ein Baum, das ist so eine grundlegende Idee, ich weiß noch nicht, ob ich den so lasse, aber ich denke, der wird relativ unverändert bleiben, wenn man jetzt mal hier hinstellt, sieht man, das ist halt immer so ein Baum, den man kann einfach abnehmen und das ist halt einfach zusammengesteckt ineinander, falls ihr das nachbauen wollt, ich gucke mal, damit ihr es jetzt ein bisschen seht, wie ihr es gemacht habt, dass einfach nur die Teile ineinander stecken, dann kann man es da oben drauflegen und wenn es liegt, sieht es ganz gut aus. Dann hat er immer so ein paar Blätterteile, diese kleinen von Lego verbaut, damit es halt nach was aussieht und halt als wäre da schon öfter was passiert und schon öfter so Bäume runtergefallen, die Blätter nicht weggemacht wurden. Aber ja, das ist so bis jetzt, dann fange ich mit dem Berg an und zeige euch dann, wie das aussieht. Und hier ist dann noch die zweite Bricklink-Bestellung, die jetzt auch angekommen ist und zwar sind das einmal 100 in Battled Slopes in Dark Blue, Gray, passend zu den anderen 250 Stück, aber hier dabei war tatsächlich noch eine Karte, also wenn ihr Interesse habt bei den Steinen oder so, könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen und dabei war noch viel Spaß mit der Bestellung und eine Packung Gummibärchen und damit dann zurück zum Bergfortschritt. Gut, das ist jetzt der Baufortschritt nach ungefähr drei, dreieinhalb Stunden Bergbau. Das ist jetzt ja relativ okay, würde ich sagen. Nicht unfassbar viel, aber ich bin zufrieden damit. Ich habe jetzt auch schon sehr viele der bestellten Steine aus den beiden Bricklink-Bestellungen verbaut. Ich denke aber, dass ich mit denen auf jeden Fall auskommen werde bis zum Ende des Mocks. Auf der linken Seite ist jetzt noch nicht so viel und auf der rechten Seite finde ich, das ist immer noch ein bisschen glatt. Deswegen muss ich nochmal gucken, ob ich die 1x2er Slopes, also die in Dark Blue, Grey auch noch mehr finde in meinen Kisten, damit ich das ein bisschen detailreicher mache, damit es halt so raussteht, weil ich auf der linken Seite ein bisschen mehr machen konnte, weil ich da noch die ganzen Steine hatte und jetzt auf der rechten Seite wird es ein bisschen knapp, aber es wird auf jeden Fall, ja, wird sich ausgehen. Was wir noch haben, ist in der Mitte das Loch, was ihr da seht. Da kommt dann noch ein, wie hier unten, ein kleiner Eingang hin, aber dieses Mal nicht mit so einem Aufgang, also nicht mit so einer Treppe wieder angedeutet, weil die Treppe irgendwie so jetzt nichts wird, wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass hier sofort eine Decke drüber ist. Ja, da kommt dann einfach nur ein Eingang hin mit einem schwarzen Hintergrund, damit man eben denken könnte, dass es dahinter aber weitergeht, aber da ist halt dann die Wand. Und das kommt dann dahin und darüber kommt dann auch noch die, ja, die Felswand weiter mit ein bisschen, ein bisschen Dekoration und dass es halt dann oben zusammenschließt, dass die beiden Felsteile, die jetzt noch separat sind, halt, ja, sich an den beiden, an der Teile drüber treffen. So, ich habe das Mock mal ein bisschen nach vorne geholt, damit ich es immer so zeigen kann, die Kamera vom Stativ runtergenommen, um zu zeigen, wie es einmal, weil sich da viele für interessiert haben, auch jetzt nicht bei dem Mock spezifisch, aber bei meinen letzten Mocks auch immer, dass ich halt, wie das von hinten so aussieht, ich einmal ganz kurz da rein filme, das ist halt einfach übel der Steine-Salat, also wirklich bunt ohne Ende, voll viel von dem Light-Nougat-mäßig ist, weil ich von denen super viel habe und die halt eigentlich ganz okay sind zum Bauen. Und ja, so hier ist es ungefähr von hinten aus, ist ein bisschen chaotisch und jetzt noch mal ein bisschen so Mock, hier habe ich angefangen, so eine Brücke zu bauen, also halt ein Pfeil, da ich habe auch noch ein, zwei mehr von denen vorbereitet, also ich möchte, dass die so jetzt stufenweise ein bisschen nach oben gehen, und dann hier nochmal so ein Holzweg an dem ganzen Teil entlang geht oder halt irgendwie so schräg durch, da bin ich noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall muss ich nochmal mit der Höhe gucken, weil das ist mit der Höhe hier relativ gleich auf zu dem, ja, Turm hier mit dem Netz dran ist, deswegen gucke ich da auf jeden Fall mal. Und was ich glaube ich noch nicht on-cam gezeigt habe, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, weil ich die Videos wieder sehr stückeweise aufnehme, ist, wie ich das mit dem Baum machen möchte, und zwar lege ich jetzt einmal ohne Stamm hier, dass der Baum hier so liegt, weil der Stamm rutscht da einmal raus, dass es dann halt am Ende so aussieht und man dann halt, ja, den Baum da liegen hat und ein Org, wie zum Beispiel jetzt der hier, der schon eine Axt hat, auf dem Baum einarbeitet und halt am Ende das Holz da abhakt, oder was zumindest so aussieht. Aber ich würde sagen, lasst doch gerne ein Like, da ich habe halt für die Folge wieder super viel Aufwand gebracht und mich würde es freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, würde ich sagen, haut rein Leute, ciao!